Und willkommen bei Part, keine Ahnung, Potter? Part 13 Bei dir 13? Nein! Doch, also bei mir ist es 13 Was? Wie viel Zombies? Hörst du die Fußschritte? Hey, der Nebel ist echt nervig Hä? Der Nebel war vorher nicht da Hä? Ist richtig komisch Ja, das Problem ist dieses Biom, ne? Wir brauchen einen Fluss allgemein Ich weiß schon, was reden Ja, sowieso umziehen Hm, also Ich würde mal sagen, ein paar Sachen sammeln und umziehen Das Schwein da töten, wenn ich es treffe Welche Richtung? Warte, ich muss einen Schwein töten Hä? Ja? Ich treffe das... Ja, ich habe keine Falle nach Ich weiß nicht, in welche Richtung Okay Machen wir jetzt 45 Pfeiler Machen wir jetzt 45 Pfeiler Und ich brauche Essen Du trinkst du noch was live? Hä? Ich trinke jetzt was Das ist das Das ist das Das ist das Was ist das? und also ich habe jetzt 224 und vorhin hatte ich glaube über 100 also 120 oder 12 aber naja ich bin mir nicht sicher also weißt du was haben wir erstmal ein bisschen holz und das ganze zeug also ich meine jetzt gar nicht doch jetzt ist tot dann ja sagen wir ein bisschen holz aber ich habe keine ich kann nicht mehr so ich kann kein leben weniger vielleicht sieht das aus dumm aus ja dann bauen wir ein besseres bogen fallen gelassen wir haben ja ein bisschen holz immer weg von den bäumen wenn die einstürzen also beim ist gar nicht also ich glaube er ist nicht auf mich gefallen aber naja der baum ist einfach im boden ich finde hier keine steine merke ich gerade fenni ich finde hier keine steine ja 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 fenni wo bist du ein stein endlich auch mehr steine ach komm hoffentlich ziemlich ein zombie ich habe einen zombie getroffen oh das hat sie überlebt da haben die zombies mehr leben als wir dann wenn ihr das jetzt ist kein nebel siehst du wir sind auch in einem anderen was war los ich laufe ich laufe aber ach so ich glaube wegen hunger zombie heute guck mal ich gehe an der biome wusch neblig es liegt an diesem biome ja ich habe das gefühl der nebel wird immer stärken ich brauche mehr steine wir sind wir sind Hier sind noch mehr Steine Komm mal, stell rein zu dir Ach komm Gut Nein Ich hast ja diese Spikes da unten, ne? Lauf, stell mal rein Jetzt kann ich mir mehr Pfeile machen Juhu, ich kann mir hundertfünf Pfeile machen Machen wir eigentlich 70 Pfeile Und Komm jetzt What the hell, what the hell, what the hell, what the hell Nein, dieser Baum wieder umgefallen ist Ich hasse diese Fische Oh Gott, gut, gut, gut Bist du das? Ja, du bist das Dein Ernst Du, das aus sei, ne Ja, gar nicht Wie viel Holz hast du? 16 Und den Reifel Und Benni, geh da weg Guck mal, ich hab Wasser gefunden Geh da weg Benni Hast du's Wasser? Warte, wo war der? Brauch ich jetzt nicht mehr Ja Nachts gehen wir nicht raus, oder? Ja Wir gehen, nächsten Morgen Brechen wir auf Ja Wir brechen alles auf Dein Gesicht, ey Dein Gesicht, ey Und das wird die Zwischenbasis Und sammle auch Baumwolle Im Bett Mach ich, mach ich Ich hab's schon elf Gibt's jetzt ne Wölfe? Benni Ja Gibt's jetzt ne Wölfe? Oh, das ist ein Zombie Gibt's mein Sixty-Ball Oh Go in Ähm Benni Hälter Was machst du? Bogen aufspann, ganz schnell Hälter Wie's war für'n Zombie denn? Ausgetroffen Alter Junge Ja Ah ah choreography Ja das reicht Ah Ah. 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 Scheiße. Diese Beine dann. Auslassen. Okay, was machen wir die Nacht? Ich weiß nicht. Ich hab gleich 15 Minuten schon. Oh oh. Hilfe. Hilfe? Das hört sich an wie... Hunde! Nein. Dann... Dann hören wir 15 Minuten schnell auf. Ich muss dann gucken, was meine Mom will. Okay, Leute. Das war der Part hier. Bis zum nächsten Mal. War nicht so spannend, aber egal. Nächstes Mal wird es spannender. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.